Einmal mehr verließ die Opposition eine Sitzung des Gemeinderates. Dadurch wurden wichtige Beschlüsse verhindert. Gleich die erste Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr sorgte für Überraschung und fand nach kurzer Sitzungsdauer ein abruptes Ende. Eine Sitzung, die die Mehrheitspartei und hier vor allem der Bürgermeister so nicht erwartet hatte. Denn auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung waren hauptsächlich politisch unproblematische Punkte erkennbar, wie beispielsweise einige personelle Änderungen oder Subventionsvergaben an Vereine und Institutionen. Zu Beginn brachte die SPÖ-Fraktion drei dringliche Anträge ein, deren Behandlung mit Einstimmigkeit bzw. mit SPVP-Mehrheit als weitere Tagesordnungspunkte in die Sitzung eingebracht wurden. Dabei ging es um eine Resolution zum Thema Sicherheit in der Stadt, um die Neuausrichtung und neue Geschäftsordnung der Wirtschaftsplattform Schwächert sowie um den Punkt Entbindung der Amtsverschwiegenheit bei Gemeinderatsmitgliedern im Hinblick auf § 21 der Niederösterreichischen Gemeindeordnung. Der in der heutigen Sitzung unter § 21 vorgesehene Punkt Entbindung von der Amtsverschwiegenheit laut § 21 Absatz 2 der Niederösterreichischen Gemeindeordnung soll auf zwei Punkte aufgeteilt werden und jene Mitglieder des Gemeinderats, die von der Amtsverschwiegenheit empfunden werden sollen, an der Beratung und der Schlussfassung des entsprechenden Tagesordnungspunktes nicht teilnehmen, um einen Normalmarkt gänzlich ausschließen zu können. Der vierte Antrag, eingebracht von den Grünen, erhielt keine Mehrheit und wurde daher zur weiteren Erledigung dem Ausschuss zugewiesen. Dabei ging es um den Jugendverein 2000 in Rahnersdorf. Anschließend, nach dem Bericht des Bürgermeisters, gab es die erste Wortmeldung von VP-Gemeinderat Alexander Edelhauser. Er stellte an Vizebürgermeister Franz Sämtner die Frage, ob es zutreffe, dass der Rechtsberater Mag. Kocher ein nahe Verhältnis zum Vizebürgermeister bzw. zu seiner Tochter habe. Würde das nämlich zutreffen, sehen wir darin einen fundamentalen Vertrauensprogramm und uns hier erstens schon wieder falsch informiert zu haben und zweitens die Freundinwirtschaft in der Stadt, dass diese nahtlos weitergeht wie bisher. Eigentlich muss man dankbar sein für diese Frage, aber bezüglich Frauen der Wirtschaft, das weiß ich nicht alle deutlich mehr zurück. Weil nämlich, zwischen der Stadt Kocher, Rechtsanwalt war der Kocher, und mir liegt kein Verwandtschaftsverhältnis vor. Weder im Direktor, noch im Indirektor gingen. Noch hat es jemals, und das hat der Bürgermeister hingewiesen in der ersten Arbeitssitzung, es hat weder eine geschäftliche Beziehung zwischen dem Rektor und der Anwaltskanzlei und der Stadtgemeinde schwächer gegeben. In keiner Situation. Darüber hinaus, selbst wenn ein Verhandlungsgegenstand diese Person, diesen Rechtsanwalt mit einschließen würde, lebt nach der Niederösterreichischen Gemeindeordnung, also 173, keinerlei Befangenheit vor. So steht es in § 50 der Niederösterreichischen Gemeindeordnung. Die Antwort von Vizebürgermeister Sämtner fiel nicht so aus, wie sie Gemeinderat Edelhauser erwartet hatte, meinte dieser in einer weiteren Wortmeldung, und als Konsequenz daraus erklärte er den Auszug seiner Fraktion aus dem Gemeinderat. Und nachdem Sie die Frage auch nicht beantwortet haben, bin ich auch wirklich nicht mehr bereit, hier weiter zu sitzen. Dankeschön. Die beiden weiteren Oppositionsfraktionen, die Grünen und die Freiheitlichen, zogen daraufhin ebenfalls aus. Die Sitzung des Gemeinderates war demnach nicht mehr beschlussfähig und wurde vom Bürgermeister beendet. Ich denke, dass wir seit dem 25. November, wo wir angebeten sind, mit der Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz, wirklich allen Fraktionen, alle Themenbereiche besprechen. Das ist keine Arbeit an der Schwäche der Bürgerin, an der Schwäche der Bürgerin. Wie ist es so nicht, die Gemeindeheit? Die Opposition ist wieder einmal ausgezogen. Mir missverständlich, denn ich denke mir, dass wir hier einzigartig für Österreich hier die Offenheit, die ich versprochen habe, die Transparenz, die ich versprochen habe, gehalten habe. Dass wir hier jeder Gemeinderätin, jedem Gemeinderat den Rechnungsovrohbericht zur Verfügung gestellt haben, sich hier einzulesen, gemeinsam mit mir den Rechnungsovrohbericht zu einer Stellungnahme zu bringen, gemeinsam natürlich begleitend mit einer rechtlichen Beratung, mit einer rechtlichen Beratung, dass man heute hier auszieht aus dem Gemeinderat, finde ich absolut gegen die Arbeit für die Schwächterinnen und Schwächter. Das finde ich nicht in Ordnung, dass hier wirklich die Offenheit, die Transparenz, die Gemeinsamkeit so gefährdet wird von den Oppositionsparteien. Aber wahrscheinlich will man nicht für Schwächter arbeiten. Was war denn der Anlass für Ihren Auszug? Der Anlass war ein ganz klarer. Ich habe eine klare Frage an den Herrn Vizebürgermeister gestellt, nämlich, ist der Rechtsanwalt Magister Kocher der Freund seiner Tochter und wir haben keinerlei Antwort darauf bekommen. Wir haben ein langwieriges Elaborat gehört, aber zu dieser Frage hat er nicht einmal Stellung genommen. Und der Grund, warum wir so verärgert sind, ist, dass der Bürgermeister uns seit 100 Tagen, seit seinem Amtsantritt, immer versichert, es gibt Offenheit, es gibt Transparenz, wir arbeiten zusammen und es wurde uns mehrfach, weil wir Oppositionsparteien und besonders wir die ÖVP haben verlangt, es muss ein neutraler Rechtsbeistand da sein, ein Rechtsbeistand, der kein Nahverhältnis zu irgendeiner der Parteien hier in Schwächert hat. Und das wurde uns mehrfach versichert. Und dann erfahren wir, dass er der Freund der Tochter des Vizebürgermeisters ist. Und das ist einfach für uns Grund genug von einem massiven Vertrauensmangel auszugehen und deswegen sind wir auch ausgezogen. Der Herr Magister Kocher als Rechtsbeistand, als Rechtsberater hat in dieser Arbeitsgruppe rein nur die Stellungnahmen des Rechnungshofs-Rohberichts, mehr oder weniger beratend, für ein Gemeinderatsgremium gestellt, beratend und nicht zu einem Beschluss hier herbeigeführt. Der Beschluss, der hätte heute stattfinden sollen, um das wir den Rechnungshofs-Rohbericht, unsere gemeinsame erarbeitete Stellungnahme, schlussendlich sind wir auch terminlich verpflichtet, hier und heute durch den Gemeinderat zu verabschieden. Das haben die Oppositionsparteien verhindert. Die beiden anderen Oppositionsparteien haben sich angeschlossen. Das ist richtig. Wir haben natürlich diesen Umstand auch bekannt gemacht bei der Oppositionspartei, dass wir gehört haben, dass eben der Magister Koch eher der Freund vom Bürgermeister Sämtners Tochter ist. Und die haben uns beigepflichtet, dass so kein Arbeiten und vor allem auch keine Vertrauensbasis mit der SPÖ da ist. Und obwohl der Herr Bürgermeister ständig salomonisch wiederholt, wie offen und transparent das ist, es ist es eben dezidiert nicht so. Und so können wir nicht weiterarbeiten. Deswegen sind wir hier jetzt einmal aus Protest ausgezogen und man wird sehen, bis zur Wiederholung dieser Sitzung, wie sich die Sachlage entwickelt. Die Gemeinderatssitzung hat ein sehr abruptes, ein unerwartetes Ende genommen. Für Sie auch unerwartet? Eigentlich ja. Also wir haben kurz vor der Sitzung erfahren, dass es möglicherweise hier ein Nahverhältnis gibt eines Juristen aus der Arbeitsgruppe mit Vizebürgermeister Sämtner. Und es wurde dann eben eine Anfrage im Gemeinderat formuliert, wo der Vizebürgermeister eigentlich keine Antwort gegeben hat. Und das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass dieses Nahverhältnis besteht. Und das heißt für uns eigentlich einen unglaublichen Vertrauensbruch. Bilanz nach 100 Tagen Bürgermeister immer, es wird gesprochen von Offenheit und Transparenz. Und dann quasi in einer der ersten Sitzungen muss man erfahren, dass keine Transparenz vorherrscht und hier wir eigentlich grob getäuscht wurden. Befangenheit von Seiten des Rechtsberaters gegenüber der Stadtgemeinde? Nicht gegenüber der Stadtgemeinde, gegenüber dem Vizebürgermeister, sage ich mal so. Und wenn hier ein Nahverhältnis besteht, muss man korrekterweise das im Vorfeld erläutern. Es muss diskutiert werden, weil natürlich es für uns ganz wichtig ist in dieser Arbeitsgruppe. Und der Kollege Edelhauser hat es vorher schon mehrmals erwähnt, dass hier ein wirklich unabhängiger Jurist am Werke sein muss. Und wenn Nahverhältnisse bestehen, dann muss das einfach offengelegt werden. Und das wurde sträflicherweise nicht gemacht. Das war auch für uns überraschend. Wir haben bis zur Sitzung nicht gewusst, dass der Schwiegersohn ins B vom Vizebürgermeister jener Rechtsanwalt ist, den Ausschuss berät. Und in diesem Ausschuss ist auch der Herr Vizebürgermeister der Vorsitzende. Und wir haben bis heute, bis jetzt, bis vor kurzem nicht gewusst, dass hier ein Nahverhältnis besteht. Und wir glauben dadurch schon, dass hier eine Objektivität nicht gegeben ist. Und von dieser viel gesprochenen Transparenz, Aufklärung und Ehrlichkeit sind wir, glaube ich, weit entfernt. Und das war auch unsere Entscheidung, dass wir aus dem Gemeinderat jetzt wieder ausgezogen sind. Ist das schon ein Vorwahlgeplänkel für die kommende Gemeinderatswahl im nächsten Jahr? Also ich denke nicht, wir seitens der SPÖ-Fraktion, wo wir am 25. November mit einem neuen Team angetreten sind, wo wir wirklich sich sehr bemühen, gemeinsam mit den Oppositionsparteien, ich behandle sie auch nicht wie Oppositionsparteien, sondern wir wirklich Integration, integriere sie in alle Prozesse, die hier jetzt ablaufen, nämlich im Rechnungshof-Obericht in der Stellungnahme zu erarbeiten. Das haben wir jetzt gemeinsam geschafft und wir haben auch diesbezüglich diese Woche eine Pressekonferenz abgehalten. Wir haben den zweiten Punkt, wo wir gemeinsam den Zeitplan aufgestellt haben für eine strategische Haushaltskontrolle, gemeinsam mit allen Fraktionsorbleuten abgesprochen. Und der dritte Punkt ist, über alle großen Themenbereiche der Stadt habe ich als Bürgermeister alle Fraktionen informiert. Ich kann mir hier keinen Vorwurf gefallen lassen. Und die Rechtsberatung, auch die Rechtsberatung haben wir im Dezember gemeinsam an einen runden Tisch mit allen Fraktionen beschlossen. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden uns jetzt gleich im Anschluss beraten und werden hier eine neue Gemeinderatssitzung einberufen.